So, einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute geht es nicht mehr weiter mit Python, sondern mittlerweile wieder ein bisschen mehr Theorie und zwar wollen wir uns heute um Filter kümmern. Filter sind etwas, um euer Signal zu bereinigen von Störsignalen, das ihr dann nicht mehr haben wollt. Und ja, das kann wie gesagt häufiger mal passieren, dass ihr irgendwie so ein fieses Piepsen oder sowas habt und das wollt ihr loswerden. So, und dementsprechend gibt es dafür natürlich auch gewisse Vorschriften bzw. mathematische Regeln. Und zwar die sogenannte Signal-to-Noise-Ratio ist das, was ihr normalerweise verwendet, um zu messen, wie gut euer Filter ist. Das heißt, wir haben hier eine Signal-to-Noise-Ratio, SNR, und die berechnet sich einfach aus 10 mal dem Logarithmus von P-Signal durch P-Rauschen. Das hört sich jetzt erstmal mega abstrakt an, heißt aber im Endeffekt, eure Signal-to-Noise-Ratio ist im Endeffekt das, also das Signal, das wirkliche, das was gut ist, das was ihr haben wollt, die Stärke davon, das ist P, also Power, das was wir schon berechnet haben, die Stärke des Signals wirklich, also dem Nutzsignal, geteilt durch die Stärke des Rauschens. So, und dann eben, ja, 10 mal der Logarithmus davon, damit ihr das Ganze in Dezibel habt. Das ist einfach so quasi die Formel. So, hört sich immer noch sehr abstrakt an, gebe ich absolut zu, sieht aber im Endeffekt so aus. Wenn ihr den linken Teil durchlasst, dann habt ihr quasi eine positive Signal-to-Noise-Ratio und den rechten Teil davon unterdrückt, dann habt ihr mehr Störsignal unterdrückt, als ihr Nutzsignal weggefiltert habt. Es geht ein bisschen Nutzsignal verloren und ein bisschen Störsignal ist auch immer noch da, und wir sehen hier, ja gut, das ist nun mal so, das kann ich so nicht verhindern. Was wir hier aber genauso sehen, ist, wir können hier einfach an der Frequenz entlang gehen. Und das heißt, wir haben hier quasi, das ist die Frequenz, also hier unten ist die Frequenz abgetragen und hier oben ist die Amplitude, also die Stärke des Signals. Und wir sagen, okay, wenn wir hier jetzt die Frequenzen rausfiltern, also diese Frequenzen hier auf der rechten Seite rausfiltern, bei denen das Störsignal eine stärkere Amplitude hat, als das normale Nutzsignal, dann haben wir eine positive Signal-to-Noise-Ratio. Und natürlich geht etwas von dem Nutzsignal verloren. Ihr seid 10.000 Mal besser dran, wenn ihr von Anfang an einfach keine Störsignale habt. Deswegen machen die ganzen YouTuber ja überall an ihre ganzen Wände und ich übrigens auch überall an ihre ganzen Wände irgendwelche Sachen, die Schalt schlucken, damit man möglichst kein Echo hat im Raum, weil ansonsten hört sich das einfach ekelhaft an. So, und unterdrücken im Nachhinein ist wirklich, wirklich schwer, weil immer auch ein bisschen Nutzsignal flöten geht hier. Das ist eben der Teil. Und die Frequenzen hier, naja gut, die gehen dann halt mit flöten. So, aber wenn ich eben diese Signalfrequenzen hier unterdrücke, dann geht das Störsignal raus und das Nutzsignal bleibt größtenteils bestehen. Und ja, im Endeffekt ist das dann was Gutes für mein Signal. Das heißt, ich bereinige das sozusagen. Okay, so, wie sieht das in der Praxis aus? Naja, es gibt vier Arten von Filtern und die habe ich euch eigentlich schon teilweise vorgestellt, zumindest einmal den Tiefpassfilter. Der filtert einfach alle hohen Frequenzen weg. Das heißt, er lässt die tiefen Frequenzen durch passieren. Okay, so kann man sich das merken. Also Tiefpass, ja. Der Hochpassfilter macht es genau andersrum. Der lässt die hohen Frequenzen passieren, also filtert er die Tiefen raus. Dann gibt es noch den Bandpassfilter. Der lässt einfach nur einen gewissen Bereich durch. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen nur die menschliche Sprache haben, dann lassen wir eben nur die Frequenzen, von denen wir auch, oder in denen wir auch sprechen, vielleicht sogar auf den Sprecher zugeschnitten. Also meine Frequenzen werden wahrscheinlich etwas tiefer sein. als die von irgendwelchen Frauen wahrscheinlich, weil, ja, Stimmbruch und sowas. Und die von, ja, die von anderen Männern wird wiederum tiefer sein als meine Stimme. Das heißt, da kann man dann aber sowas rausfiltern, indem man einfach nur quasi meine Stimme drin lässt und den Rest einfach rausschneidet. Das ist der Bandpassfilter. Während die Bandsperre wäre genau das Gegenteil davon. Und da lasse ich einfach meine Stimme komplett rausfiltern, indem ich einfach alles, wo meine Stimme drin ist, rausfilterere. Dann habe ich quasi nur das Signal drumherum. Und so macht Audacity das im Endeffekt auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt die Stimme extrahieren. Das funktioniert genau gleich. Ja, und im Endeffekt ist das nichts weiter, um jetzt nochmal hier auf die mathematische Seite zurückzugehen, wie wenn ihr das Ding in die Fourier, also mit der Fourier-Transformation rumkonvertiert und dann die einzelnen Schwingungen, das heißt, die Schwingungen auf den Frequenzen, die ihr haben wollt oder nicht, die ihr nicht haben wollt, nehmen wir es so rum, die ihr einfach mal komplett auf Null setzt. So, das heißt, ihr geht quasi her und transformiert das Signal ins Frequenzspektrum und vom Frequenzspektrum wieder zurück, aber eben ohne die Frequenzen, die ihr nicht drin haben wollt, weil das könnt ihr ja quasi mathematisch einfach so bestimmen. Und das ist im Endeffekt der große Trick dabei. Ja, und das ist eigentlich auch schon, was ich zu filtern euch sagen möchte. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, immer gerne her damit. Vielleicht kommt dann noch ein neues Video. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.